Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Tour mit den Minions. Da es am heutigen Tag sehr heiß war, sind die Minions wieder nach München an die Isar gefahren. Diesmal nicht in den Morgenstunden und auch nicht zur Mittagshitze, sondern abends um den Sonnenuntergang zu geniessen. Dave, Bob und Stuart im ICE 1209 zur Fahrt nach München. In Nürnberg müssen wir noch auf die Abfahrt warten. In München angekommen, haben wir erstmal nachgeschaut, wie unser ICE hieß. Denn einige wurden in verschiedenen Städten getauft. Unser ICE hieß Ostseebad Warnemünde. Alle dreimal wieder ganz entspannt, während hinter den Minions die Schlauchbote vorbeiziehen. Letztes Gruppenfoto an der Isar. Stuart wollte unbedingt noch eins mit Bob. Jetzt treten alle die Heimfahrt an. Zuerst geht's mit der S-Bahn von Sollen nach München Hauptbahnhof. Im ICE von München nach Nürnberg. Vielen Dank fürs Zusehen. Zuerst geht's mit der S-Bahn von Sollen nach München. Zuerst geht's mit der S-Bahn von Sollen nach München. Zuerst geht's mit der S-Bahn von Sollen nach München.